Hallo meine Freunde, ihr müsst dem großen Barbaren die allmächtige Waffe überbringen. Ich wünschte ich könnte das selbst erledigen, aber ich kann meine Schmiede nicht verlassen. Der König möchte eine Ritterakademie gründen und ich muss viel zu viele Waffen schmieden. Keine Sorge Schmied, wir werden dir helfen. Macht's gut, wir kümmern uns darum. Die kriegen immer wieder eine neue Stimme. Gehen wir erstmal nach Programmsicht. Allmächtige Waffe muss beschützt werden. Team Man. Team Man. Oh yeah man. Denn das ist He-Man. Da hinten, das ist doch He-Man. Bin gerade im He-Man-Rausch, Leute. Und er ist schon Level 20. Und Regenerations-Hab, äh TP, Regeneration an MP. Äh, nee, nicht TP, sondern MP. Genau. Jetzt ist's mal viel Zeit. Hier oben ist ja schon mal. In deinem Gehirn an HP-B Cons AG. Nn-Nh-Nhn-Nh-Nh-Nh-Nh-Nh-Nh-Nh-Nh-Nh-Nh-Nh-Nh-Nh. oh mein gott 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 wir werden angegriffen und schwulen wachen stirbt benjam ich heiße benjamin benjamin blümchen das schmeckt so als hätte man einen elefanten im döner und ja das hat heute mal jemand gesagt der schwule der schmerz der döner schmeckt so von denen als würde es wäre ein elefanten als wäre der elefantenfleisch drinnen schmeckt voll nach elefant und ja sowas hat wirklich jemand zu mir gesagt und zumindest nicht zu mir sondern zu jemand anders und ja aber ich war nebendran gestanden gott ich muss doch viele von diesen blöden tränken kaufen dabei wollte ich noch neue waffen schmieden nur weil die erfahrungen mäßig nicht mitkommen ich nehme ich mir natürlich für alle fälle auf sollte dieser eine nicht reichen damit es mal der zirke der heilung verbessert weil der wird später im verlauf wirklich sehr gut werden oh nein der ritter ist ja noch nicht level 19 verdammt ja sieg wachenblut das wird auch noch wichtig ich muss euch sagen auf zum goblinversteck ich kann das nicht aufbauen schade schade und was ist die Hey, man. Oh, möchtet ihr mehr und noch mehr Abenteuer? Möchtet ihr vielleicht eure humaniten Freunde besuchen, den sie den Barbaren nennen? Seineswegen sind wir hier. Weißt du, wo er ist? Ihr hört einen markigen Schrei und fühlt euch schon allein vom Echo eingeschüchtert. Irgendwas ist tief in diesem Goblinversteck im Gange. Vielleicht war das der Barbar. Ja, wir sollten uns beeilen. Nicht so schnell, meine Freunde. Oh mein Gott, ich muss die Gegnerwählen besiegen, um den Gegenstand Barbar zu retten. Damit habe ich jetzt gar nichts gerechnet, vor allem, dass er Barbar ein Gegenstand ist. Ich glaube, vielleicht kann man den sogar essen. Kommt, du olle Hauptmann. Stirb. Oh ja. War ich fast ein Genick, vielleicht lege ich mich jetzt noch mal eine Runde hin. Oh, ein paar Schweinebärenschen, oder? Sieht mir so aus. Ich glaube, weil ich ja wieder stand. Okay. Hey, nicht heilen. Das ist nicht im Vertrag. Ich glaube, ich würde, socialistisch. Okay. Ja, nicht heilen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020